Was ist milder Autismus? Leichter oder hochfunktioneller Autismus ist eine Form der allgegenwärtigen Entwicklungsstörung, die durch weniger schwere und auffällige Symptome als die meisten anderen Fälle gekennzeichnet ist. Folglich können Kinder mit mildem Autismus bis zum Alter von mindestens drei Jahren keine beobachtbaren Symptome zeigen. Im Gegensatz zu typischen autistischen Individuen können Menschen mit mildem Autismus angemessene Sprache entwickeln, normale oder außergewöhnliche Intelligenz haben und vergleichsweise gut funktionieren. Forschungen haben gezeigt, dass sich Kinder mit mildem Autismus in einigen Fällen erholen können, wenn sie einem frühen therapeutischen Eingriff ausgesetzt werden. Eine Person, die als mild-autistisch betrachtet wird, kann im Vergleich zu Personen mit klassischem Autismus als hochfunktionierend erscheinen. Leicht-autistische Menschen entwickeln im Allgemeinen normale Sprechfähigkeiten, können Lesen und Schreiben, Spielen und Aufgaben erledigen. In seltenen Fällen können solche Personen erfolgreiche Universitätsstudenten sein und unabhängig leben. Personen mit mildem Autismus haben normalerweise eine normale Sprechfähigkeit, können jedoch Schwierigkeiten haben, ein Gespräch zu beginnen oder zu verlängern. Humor und soziale Hinweise können schwer, aber nicht unmöglich zu verstehen sein. Leicht-autistische Menschen können sich auch auf ein einzelnes Thema konzentrieren und es unabhängig vom ursprünglichen Gesprächsthema ausführlich diskutieren. Fakten oder Details zu rezitieren oder ausführlich aus Büchern oder Filmen zu zitieren, ist ein anderes übliches Verhalten von Menschen mit mildem Autismus. Zum Beispiel kann eine leicht-autistische Person auf eine Frage zur Schule oder zum Wetter antworten, indem sie alle Teile in einem Kühlschrank benennt. Daher können Kinder und Erwachsene mit mildem Autismus es schwierig finden, sich mit anderen anzufreunden. Ein Kind, das leicht-autistisch ist, kann sich so sehr auf ein Objekt wie ein Spielzeug fixieren, dass es keine weiteren Personen in der Nähe mehr wahrnimmt. Augenkontakt kann für Personen mit mildem Autismus schwierig aufrechtzuerhalten sein. Zusätzliche Verhaltensweisen bei leichtem Autismus können unterentwickelte motorische Fähigkeiten, mangelndes Einfühlungsvermögen für andere und sensorische Probleme sein. Obwohl einige Mediziner der Ansicht sind, dass milder Autismus nicht vom Asperger-Syndrom zu unterscheiden ist, besteht unter Ärzten kein Konsens? Menschen mit Asperger-Syndrom zeigen viele Verhaltensweisen, die mit leichtem oder hochfunktionellem Autismus verbunden sind, wie ZB-beeinträchtigte soziale Interaktion und eingeschränkte Interessen. Darüber hinaus leiden diejenigen mit Asperger-Patienten im Allgemeinen nicht an verzögerter Sprache oder kognitiver Entwicklung. Studien haben gezeigt, dass Kinder mit mildem Autismus sich möglicherweise von der Erkrankung erholen können, wenn sie einem rigorosen therapeutischen Eingriff frühzeitig ausgesetzt werden. Die angewandte Verhaltensanalyse, eine Therapie zur Verbesserung des Verhaltens und der Fähigkeiten, kann die größten Auswirkungen auf autistische Personen haben. Selbst wenn ein Kind in der Lage ist, sich von Autismus zu erholen, besteht ein höheres Risiko für verwandte Erkrankungen wie Angstzustände, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörungen und Depressionen.